So, da sind wir und weiter geht es mit Elden Ring, yeah! Letztens sind wir durch dieses Portal reingegangen und dann sind wir zum Anfangsgebiet rausgekommen. Äh, das hat kein Portal. Genau, dann müssen wir da runter zum anderen Portal, ne? Da war ja nur die Schatztruhe. Aber, aber... Okay, jetzt gehen wir mal... Und dieses, haben wir das aktiviert? Ne, das haben wir aktiviert, genau. Jetzt gehen wir hier mal rein und gucken, was da los ist. Ah, nun reisen, genau. Die Neugier treibt uns dahin. Zum neuen Ort. Nocron, die ewige Stadt. Alter, wo sind wir jetzt hier rausgekommen? Oh, ist da unten? Da will ich doch gar nicht sein. Uuuuh. Die ewige Stadt, Alter. Krass. Guck mal, da steht einer. Das ist echt übel. Wie jetzt einfach hier so? Ich soll nicht runter. Ich bin doch nicht des Wahnsinns. Ein bisschen schon. Ja, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal ein bisschen. Sterben, eh direkt. Kann man hier ja nirgendwo hin? Ist es nur zum gucken? Oder soll ich jetzt echt da runterspringen? Hier. Hier. Da, da drauf, meinst du? Erstmal Erstmal hier Okay Ist das abgefahren, echt? Da sind wir jetzt Das ist doch alles hier Rot Hier ist das und hier ist Das Come on Oh Das war der eine Üble, ne? Ja, ja, ja Sprenkelte Rheinskette Müssen wir den jetzt besiegen? Aber wofür? Da ist doch eh Ende Oder gehst du da runter dann? Aber da ist doch nichts Da ist das krass Hier alles Echt Voll abgespaced Ich will nicht gegen den kämpfen Das ist übel Aber wieso soll ich jetzt mit den kämpfen? Da geht es eh nicht weiter Das ist so mein Ne? Das hat keinen Sinn Ich weiß nicht, wieso wir jetzt hier rausgekommen sind Ich möchte gerne hier irgendwo runterspringen Das bringt sich alles nichts Keine Ahnung Vielleicht kommen wir ja nochmal hin Also wir kommen sicher nochmal hier hin Das ist irgendwie Da drunter glaube ich, ne? Kann das sein? Das ist nicht da auf der Oberfläche Das ist irgendwie da drunter Alter, das ist alles verbunden, ne? Das ist, ich sag's ja Das ist alles verbunden Jetzt werden wir nur diese Orte der Gnade angezeigt Da wo es diese Unterwelt war, ne? Der Brunnen von Ziofra Das ist bestimmt unter ehrlich Auch nochmal alles verbunden 100 pro Krass Echt übel Echt Aua, Aua, Aua Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder raus Okay, gehen wir da mal raus Krass, krass Bestimmt echt so Alles verbunden Unterirdisch nochmal Das ist eine Welt, ne? Eine Welt Die verbunden ist Kann ich hier wieder hoch? Kann ich jetzt nicht raus, ne? Ich muss mit dem Fahrstuhl fahren Kommt da mal in den Fahrstuhl? Ich hör den schon Was für einer Tja, hier waren wir schon mal kurz unten Haben wir das nur gesehen Dass es hier eine Welt gibt Abgefahren, echt Aber wir machen da noch In unserem Gebiet weiter Ist hier noch was tolles? Da war Ende, ne? Da war gar nichts mehr Ging es da hinten rein? Warten wir schon da hinten Das ist Bergebiet Kein Sperrgebiet Sondern Bergebiet Okay Dann gehen wir mal weiter Springpferdchen Da war wieder die krasse Gang So Wo waren wir jetzt noch nicht hier? Was wollen wir als nächstes machen? Die Höhlen haben wir jetzt alle gemacht, ne? Da Das wollte ich schon mal sehen Da wollte ich schon mal hin Wie kommen wir da hin? Am besten hier Und einmal Durchreiten Genau Das machen wir Ich glaube Auf dieser kleinen Insel War man noch nicht Erstmal in diese Richtung Oh, da Richtig, ne? Genau Da muss man hin Einfach geradeaus Das kommt schon Irgendwann Weiter Diese Insel Ist da oben, ne? Genau Das ist auch so ein Gebäude Ja, aber noch nicht Ist direkt ein Otter Gnade Ich flipp aus Hast du mal schön Mama Tag Mama Tag Mama Tag Junge Bis zum Morgen Da gehen wir jetzt mal gucken Okay, ist das wieder so ein Rätsel Zug 3 Weiß Sebastian Wieder Die Nachricht geht nicht weg Ich kann nichts mit meinem Charakter machen Ich kann doch nicht Ins Hauptmenü gehen Darf ich da keine Waffen benutzen? Geht's geht's Erstmal gucken, was es alles hier so gibt Blumen voll am leuchten Leuchtende Blumen Tja So, ich aktiviere das jetzt mal Mal gucken, was er da sagt Mal gucken, was er da sagt So, jetzt kann ich meine Waffe wieder nicht benutzen Ich kann nichts machen Okay, die greifen mich auch gar nicht an Oder doch Ganz leicht Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr damit meinten Ich meine, die wieder die Schildkröten Hier ist das schon wieder weg Hier ist das wieder weg Die Nachricht Gleich hier so rum Ich glaub nicht, ne Eher oben So können wir auch mal die Insel sehen Einmal oben die ganze Insel, bitte Also es muss irgendwas hier oben sein Jetzt geht das Jetzt geht das Aber die sind das bestimmt nicht Mach die trotzdem alle mal Oder kommen immer wieder neue Da kommen immer wieder neue Ach, da ist eine Schildkröte Ist da noch Da weiß ich nicht Ich bin froh. Tja Die eine war auf einmal da Und dann aber nicht mehr Also ich meine es kam keine zweite So wo die Schickkulten sind Muss man irgendwo gegenhauen hier Sind die irgendwo wieder unsichtbar Wo ist sie denn? Wo sind die? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oder muss ich hier so eine gewisse Anzahl von denen erstmal killen damit die Schickkröte kommt? Kann das sein? Jetzt greifen die an Vom Pferd geschmissen Da kommen immer wieder neue Aber Sind jetzt hier irgendwo welche gespawnt? Das ist vielleicht Wieso kam die eine jetzt aber? Ja Jetzt kommt keine mehr Das ist wahrscheinlich Wo ist sie denn? Ja Jetzt kommen wir mal neue, aber keine Schildkröten Uh, sorry Dann muss sich bestimmte Typen killen, aber die sehen doch alle gleich aus Da unten ist doch nicht gemeint, oder? Kann sein, auf der ganzen Insel, ich weiß es nicht Vielleicht ist es auf der ganzen Insel gemeint, geh mal gucken Vielleicht ist jetzt hier eine zweite gespawnt Machen wir noch eine Ehrenrunde Tja, hier ist nirgends wo einer Blubbert hier irgendwo ein Wasser? Tja Ich weiß es echt nicht Die sehen doch alle gleich aus Keine Ahnung, ich weiß es nicht Wir machen hier eine Pause Hier oben Und schauen wir mal das nächste Mal Ich sage danke Und bis dann Ciao